Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Heute geht es um eine Möglichkeit, wie man den X-Ray-Effekt in Minecraft mithilfe eines Bugs erzeugen kann. Das Ganze funktioniert in der Minecraft-Version 1.6.2, also in der aktuellen neuesten Version. Gut, wer sich jetzt fragt, was ist denn der X-Ray-Mod, was macht man denn damit, habe ich noch nie davon gehört. Die X-Ray-Modifikation ist ganz einfach dazu da, um Rohstoffe in dem Erdreich sichtbar zu machen. Das heißt, ich haue den X-Ray-Mod in meine Minecraft-Char rein und wenn ich den drin habe, dann kann ich jetzt hier das ganze Erdreich ausleuchten, indem ich jetzt irgendeine Taste drücke. Da wird die ganze Erde transparent und man sieht nur noch die Rohstoffe, die jetzt für mich interessant sein könnten. Zum Beispiel Kohle oder Eisen oder Redstone oder so Zeugs halt. Das kann man dann mithilfe des X-Ray-Mods sehen. Und das ist halt ganz logisch, ist ganz einfach dazu da, um Rohstoffe schneller zu finden und um dann halt im Survival schneller rumzukommen. Gut, jetzt werde ich mal zeigen, wie das Ganze jetzt in Minecraft funktioniert, ohne dass man jetzt den X-Ray-Mod braucht. Und zwar ist es jetzt nicht ganz derselbe Effekt, aber es kommt relativ nah ran. Und zwar braucht ihr zunächst einmal hier ein Stück Zaun. Setze jetzt hier am besten zwei übereinander, sodass ihr hier einen Zaun in eurer Kopfhöhe habt. Und jetzt braucht ihr irgendeinen transparenten Block. Das heißt, es geht mit Close Zone, es geht mit Glas. Ich setze jetzt mal Close Zone hier hin. So, und normalerweise würde das jetzt nicht gehen, aber dass das jetzt ein Bug ist, kann ich jetzt hier einen Block dran setzen, auch wenn ich jetzt hier vorne dran stehe. So, also ihr seht, dass ich jetzt hier optisch scheinbar nichts gesetzt habe. Man sieht jetzt nur die Kanten hier. Und das ist dieser Effekt, der dann halt unter der Erde, wo wir jetzt gleich hingehen, diesen X-Ray-Effekt erzeugen wird. Und zwar machen wir das jetzt ganz einfach mal. Also ich grabe jetzt mal hier runter. So, ich gehe mal ein bisschen hier runter. Und das funktioniert hier auch, ohne dass jetzt alles einstürzt. Ich gehe jetzt einfach mal hin, setze jetzt hier einen Zaun hier rein und setze jetzt hier ein Close Zone dran. Und jetzt seht ihr, dass ich jetzt hier so eine 270 Grad Panoramasicht habe. Gut, jetzt hier ist es ein bisschen eingeschränkt von der Sicht, aber hier kann man doch schon alles gut einsehen hier. Und man sieht auch, hier ist ein Cave anscheinend. Und da hinten ist auch eine Mine, also habe ich auch vorhin gesehen. Relativ cool, dass man, was man hier so alles sehen kann. Ansonsten jetzt Rohstoffe, wenn sich jetzt wahrscheinlich viele fragen, hö, das hat auch mit X-Ray nicht so viel zu tun. Wenn jetzt halt jetzt hier Eisen ist, dann wird mir das über X-Ray angezeigt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber was hier ganz cool ist, ist, dass man jetzt hier auch, wenn jetzt hier so Schluchten vorhanden sind, kann man auch hier über diesen Back hier reinsehen. Und kann dann gucken, ja, sind hier Rohstoffe, die mich interessieren könnten. Oder hier unten zum Beispiel haben wir eine Höhle, die ist ausgeleuchtet, weil jetzt hier Lava ist. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel, dass hier ganz gutes Kohlevorkommen vorhanden ist. Oder jetzt hier drüben, was sieht man hier jetzt hier unten? Das scheint, könnte Gold sein. Hier sieht man Eisen oder vielleicht umgekehrt, man sieht es jetzt nicht so gut von hier oben. Also man sieht, dass man kann hier schon in die Höhlen hier reinschauen und kann sehen, ja, wo sind denn hier Rohstoffe und was interessiert mich, was interessiert mich nicht. Also in dieser Beziehung kommt das Ganze schon relativ gut an den X-Ray Mod ran. Okay, das wäre das gewesen. Wie gesagt, was ich jetzt vielleicht vergessen habe zu sagen, ist, dass das Ganze jetzt laut meiner Erkenntnis nur in der 1.6.2 und vielleicht auch in der 1.6.1 funktioniert. In der 1.5.2 hat das Ganze noch nicht funktioniert. Also da war das Ganze so, wie es sein sollte. Das heißt, dass wenn ich jetzt hier etwas hinpflanze und baue was vorne dran, dass das Ganze dann nicht funktioniert, sofern ich als Spieler im Weg stehe. Gut. Ansonsten wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wie gesagt, ist kein großer Aufwand. Wenn ihr im Survival unterwegs seid und ihr seid knapp mit Rohstoffen, dann könnt ihr ruhig diesen Bug hier nutzen, um euch ein bisschen zu bereichern. Okay, und jetzt möchte ich noch ganz kurz was loswerden zu Vogue V6, weil wahrscheinlich werden das viele jetzt in die Kommentare schreiben, als Kommentar unter das Video schreiben, so rum. Und zwar ist Vogue V6 fertig. Das haben wir auch auf Facebook geschrieben. Und im Prinzip funktioniert alles einmal frei. Also es ist alles schon getestet, die ganzen Funktionen. Was ist noch das Problem? Es ist ganz einfach, dass wir das so umbauen wollen, dass das Ganze auch, also wenn ihr das Vogue bekommt, ihr bekommt das natürlich wieder zum Download, dass ihr die Möglichkeit habt, das Ganze über Singleplayer-Kommens zu verschieben, ohne dass da jetzt 100.000 Bugs mit Redstone, das sich aufgehauen hat oder vertreten Pistons oder so, dass es halt behoben ist, sozusagen. Und daran arbeiten wir gerade, weil wir haben da einen Trick rausgefunden. Wie man das Ganze fixen kann, dass es gut funktioniert und auch halt mit dem Kopieren da, dass da keine Bugs mehr sind. Und wir machen das jetzt, bauen das Vogue dementsprechend um, damit ihr es auch einfacher habt dann später. Und dann wird der Trailer dazu, wird jetzt in den nächsten Tagen kommen. Entschuldigung, wird dann kommen. Und dann kommt auch das Let's Show dazu. Und dann beginnen wir auch mit der WZEWG Season 2. Und dann werden wir auch noch demnächst einen neuen Minecraft-Film drehen. Bis dahin ist es vielleicht noch ein bisschen. Ich hoffe jetzt trotzdem, dass euch das Ganze hier weitergeholfen hat. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Ciao.